Deutsch-Arabisch ist ein Podcast für jeden, der Deutsch und Arabisch mag. Arabi-Almani, Podcast für alle Menschen, die die Arabischen und Albanien lieben. Heute habe ich nicht nur einen Gast mitgebracht, sondern gleich zwei. Und was für zwei? Ich habe heute Zwillinge mitgebracht, die uns erzählen wollen, wie es so ist, Zwillinge zu sein. Und wir werden über allen möglichen Vorurteilen, Mythen und sonst was reden. Ich freue mich sehr, mit denen auch zu sprechen und ich hoffe, dass ihr euch dann auch unterhalten fühlt. Herzlich willkommen, Fatih und Sinan. Was geht? So, dann fange ich mal mit der Vorstellung an. Erstmal danke, dass wir dabei sein dürfen, Amir. Ich bin Fatih, 24 Jahre alt, studiere Jura in Bochum und arbeite als Fitnesstrainer. Und Hobbys sind logischerweise Fitness und ja, ich zeichne ab und zu mal gerne. Leider in letzter Zeit nicht so oft, aber das kommt noch. Danke, Amir, dass ich auch dabei sein darf als zweiter Zwilling. Mein Name ist Sinan. Ich studiere Psychologie in Düsseldorf. Und wer hätte es anders gedacht, ich arbeite auch im Fitnessstudio, sogar im selben wie mein Bruder. Mein Hobbys sind ins Fitnessstudio gehen, trainieren und ab und zu mal Klavier spielen. Habe ich früher öfter gemacht als jetzt, aber ich hoffe, dass ich langsam wieder reinkomme. Ja, vielen Dank, dass ihr vorbeigeschaut habt. Und ich freue mich auch sehr über unser Gespräch. Und ich würde mal sagen, wir fangen direkt an. Was ganz viele, glaube ich, interessant finden, beziehungsweise sagen, okay, es gibt ja verschiedene Arten von Zwillingen. Wollt ihr bitte sagen, was für Zwillinge ihr seid? Seid ihr ein-eige-Zwillinge oder zwei-eigen-Zwillinge? Wie ist das bei euch? Also wir sind ein-eige-Zwillinge. Ich bin Vati übrigens. Und ja, wir sind uns sehr, sehr ähnlich. Aber ich würde sagen, dass wir nicht identisch sind, weil alleine von der Optik haben wir Unterschiede. Ich bin zum Beispiel zwei Zentimeter größer als er, habe ein länger gezogeneres Gesicht. Er hat ein runderes Gesicht als mein Bruder. Und ja, auch vom Charakter sind wir sehr unterschiedlich eigentlich. Ja, das hat sich halt mit der Zeit ein bisschen verändert. Ich würde sagen, früher sahen wir uns schon viel ähnlicher. Aber jetzt mit der Zeit sieht man sich halt nicht mehr so ähnlich. Er hat einen anderen Geschmack, vielleicht einen anderen Mode-Geschmack. Früher haben wir uns auch gleich angezogen, muss man auch sagen. Und ja, da hat man auf jeden Fall schon die extreme Ähnlichkeit gemerkt, auf jeden Fall. Kindheit ist ein sehr gutes Stichwort, denn die meisten Zwillinge in der Kindheit viel ähnlicher aussehen, als wenn sie Jahre später, 10 oder 15 Jahre oder vielleicht ab 40, werden dann auch schon einige Unterschiede sichtbar, sage ich mal, sein. Äh, nur, wie war das für euch so damals, als ihr auf Geburtstagspartys wart von anderen Kindern? Und da wird üblicherweise nur ein einziges Kind gefeiert. Wenn ihr ein Geburtstagspartys hattet, dann wart ihr immer zu zweit. Habt ihr euch eigentlich nicht gewünscht, eine eigene Party zu haben und nicht immer zu zweit? Also, ehrlich gesagt, ist mir das als Kind gar nicht aufgefallen. Also, dass wir immer zusammen gefeiert werden oder einzeln, das hat keinen Unterschied gemacht, weil irgendwie waren wir als von Kind auf immer zusammen. Und das ist irgendwie, ich hab nicht mal realisiert, dass wir sowas, ich sag mal, Außergewöhnlicheres sind, ähm, weil das für uns einfach ganz normal war. Das, für uns gab's keinen Einzelgeburtstag oder sonst was, das ist immer zu zweit gewesen. Ganz genau, und, ähm, das war, wie Fat schon gesagt hat, irgendwie das Normalste auf der Welt. Für viele, die das jetzt irgendwie, für die das komisch ist, dass man ein Zwilling ist, aber wenn du wirklich dein Leben lang damit aufwächst und irgendwie realisierst du es dann nicht, dass du dann irgendwie zu zweit bist, ja, irgendwie, damals hab ich das echt nicht gemerkt. Das, oder, ich hab mir jetzt nicht gewünscht, einen Einzelgeburtstag zu haben, weil das irgendwie normal war, gang und gäbe. Interessant, wie ich das, äh, glaube ich, in Erinnerung habe, 1,6 Prozent der Bevölkerung hier in Deutschland, äh, ist tatsächlich Zwillinge. Aber das ist, äh, aus ungefähr 82 Millionen Menschen sehr gering, so dass, äh, Zwillinge einem nicht jeden Tag begegnen, ja, nur, wie war das eigentlich, für euch, beziehungsweise, wie war das, äh, von Elternseite, wie haben deine Eltern euch so betrachtet, als 1 oder als 2 eigene Individuum? Also, das war so, dass wir einfach wie ganz normale Brüder waren, das heißt, unsere Eltern haben uns auch nicht großartig verwechselt oder sonst was, oder uns komplett gleich behandelt, wir waren einfach wie Brüder, das heißt, er wurde behandelt, wie er behandelt wurde, ich wurde behandelt, wie ich behandelt wurde, also einfach komplett separat. Na gut, mal gab es auch Namendreher, das heißt, wenn meine Mutter mich, Vati, gerufen hat, hat die aus Versehen Zinan gerufen, aber das hat nichts damit zu tun, dass die uns verwechselt haben, sondern einfach nur, ja, einfach so einen kleinen Namendreher, aber sonst war das alles ganz normal. Man muss auch sagen, ähm, unsere Eltern, die, äh, konnten uns auch vom Charakter halt eher sehr gut unterscheiden, man denkt ja, nur weil man Zwilling ist, hat man auch den gleichen Charakter, deswegen, äh, Verwechslungen gab es jetzt irgendwie nicht, wir wurden halt als zwei individuelle, individuelle Personen angesehen, und, ja, ja, wie Vati gesagt hat, lustig ist das dann halt, äh, wenn ich dann in der Küche stehe und meine Mutter ruft dann nach Vati, obwohl ich das bin und dann sind die erst, dass ich Zinan bin. Ja, sowas passiert halt ab und zu mal, aber verwechseln tun die uns halt nicht. Ganz viele sagen, dass, ähm, Müttern meistens deren Kindern sehr schnell erkennen und sehr, 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 sehr selten, ähm, so verwechseln. Aber wie war das mit eurem Vater? Ähm, war das, ähm, oder beziehungsweise, da ihr jetzt schon Erwachsene seid, ähm, gab es den einen oder anderen Moment, wo vielleicht so ein bisschen Überforderung, ähm, in dem, in der Familie war, beziehungsweise, ob dein Vater vor allen Dingen, ähm, da er, ja, nicht so direkten Kontakt die ganze Zeit mit euch hatte, ähm, so ein bisschen Problem, problematisch das alles gefunden hat, oder war das für euch, beziehungsweise für ihn auch gut so, dass ihr Zwillinge wart? Also, mir ist nichts davon aufgefallen, also, ob mein Vater Probleme damit hatte oder nicht, ähm, na klar, das ist schwierig, direkt zwei Kinder auf einmal großzuziehen und, ja, ich habe auch ein paar Videos gesehen von unserer, ja, Kindheit, auch von unserem, ähm, Babyalter und das sah echt so stressig aus und nochmal ein großes Dankeschön an meine Eltern, dass sie das so gut geschafft haben. Ähm, ja, aber wir haben uns beide eigentlich, ich sag mal, gleich behandelt, gleich gut behandelt und von dem ganzen Stress haben wir nichts mitbekommen. Also, die haben uns das wahrscheinlich nicht, äh, sich das nicht anmerken lassen und, ja. Das Lustige ist auch, dass mein, äh, Vater damals, als wir Kinder waren, auch, äh, ab und zu mal die gleichen Spielsachen gekauft hat, weil wenn er mal was Neues bekommen hat, beziehungsweise ein Spielzeug, dann wollte ich das Gleiche haben und ich wollte nicht teilen. Deswegen hat er das ab und zu auch zweimal geholt, dann wird sich streiten. Nur bei meinem Vater ist das Ding, ähm, wenn er zum Beispiel mal Fatih anruft am Telefon und dann gehe ich ran, dann erkennt er auf dem ersten Moment manchmal nicht, dass ich das dann bin. Dann sagt er, hallo Fatih und dann sage ich, nein, ich bin Sinan. Ja, weil meinen Vater sehe ich halt nicht so oft wie meine Mutter. Meine Mutter ist ja Hausfrau und mein Vater ist halt manchmal bis 19, 20 Uhr arbeiten. Er ist ja auch selbstständig, da hat er halt nicht, ist halt nicht so flexibel mit den Zeiten, beziehungsweise ist flexibel mit den Zeiten. Und ja, also am Telefon erkennt er manchmal nicht, wer wer ist, sagen wir es mal so. Und ist das bis jetzt so? Ja. Ich glaube, diese Frage habt ihr, ähm, tausendmal zu hören bekommen. Wie war das in der Schule? Seid ihr zueinander eingesprungen? Also, das haben wir uns eigentlich nicht getraut, aber die Schulzeit war auch ziemlich lustig, weil ich war immer einen Ticken besser als Sinan, aber der hat davon profitiert eben, dass wir Zwillinge sind und die Lehrer uns nicht auseinanderhalten konnten. Und ja, das heißt immer, wenn wir unsere Noten bekommen haben, haben die Lehrer wahrscheinlich sich gedacht, ach komm, wir geben den beiden einfach die gleiche Note, weil die hatten keine Lust uns jetzt auseinanderzuhalten. Und ja, dann haben wir meistens immer die gleichen Noten bekommen, also was das mündliche angeht. Ja, und als Zwilling bist du halt irgendwie so das Highlight aus der Klasse. Ja, was heißt Highlight? So die Lehrer, jedes Mal wenn der neue Lehrer kam, der hat direkt gefragt, oh, Zwillinge? Und das hat uns auch, denke ich mal, ab und zu mal Pluspunkte gegeben, habe ich das Gefühl. Weil es gab mal ein Unterrichtsfach Politik, da habe ich, obwohl ich wesentlich schlechter war als Fatih, habe ich dann eher so fast dieselbe Note bekommen wie er. Und ja, davon habe ich, wie Fatih schon gesagt hat, schon ordentlich profitiert, sagen wir es mal so. Aber so, dass ihr Prüfungen für den anderen geschrieben habt oder so Sporttests oder sonst was, gab es was, da ihr jetzt schon aus der Schule raus seid? Also jetzt, Konsequenzen gibt es nicht mehr. Nee, eigentlich nicht, weil das war ja auch problematisch, weil wir meistens in einem Kurs oder in einer Klasse waren. Das heißt, das hätten wir auch gar nicht machen können, obwohl wir, ja, ich hätte das eigentlich gemacht, wenn die Möglichkeit dazu da wäre, sage ich mal. Was wir halt ab und zu gemacht haben, ist, wenn wir sechs, sieben Fächer gleichzeitig hatten, habe ich gesagt, du machst für die ersten drei die Hausaufgaben, ich mache für die nächsten drei und dann haben wir halt den Rest voreinander abgeschrieben. Das heißt, dann hatten wir noch die Hälfte der Arbeit zu tun und haben dann das, was gefehlt hat, halt voreinander abgeschrieben. Ich glaube, ihr kommt leider Gottes jeden Tag in diesen vergleichten Mustern. Wie ist das so für euch? Also, wie betrachtet ihr dann die Sache, wenn niemand sagt, oh, ich habe, wenn niemand zum Beispiel dich, Vati, als erstes kennengelernt hat und dann einige Zeit später dich dann gesehen hat und dann sein Fazit so rauszieht und dann sagt zum Beispiel zu dir, Vati, ja, dein Bruder ist ein bisschen so, ein bisschen so, sowohl psychisch als auch physisch, ja. Und da vergleicht man euch die ganze Zeit dann, ja. Wie findet ihr das eigentlich? Also, ich finde es eigentlich sogar ganz gut und interessant zu wissen, wie wir für Außenstehende wirken und die Unterschiede, weil ich weiß ganz genau, was unsere Unterschiede zum Beispiel sind, sei es äußerlich oder auch Charaktereigenschaften. Und ich finde es eigentlich immer wieder interessant, wie andere Leute da reagieren, wenn die uns separat kennenlernen und dann Unterschiede feststellen. Das sind ja auch meistens immer die gleichen. Und das Interessante ist auch, dass wenn jetzt zum Beispiel Vati mal eine Person vor mir kennenlernt und ich lerne sie halt zum Beispiel zwei Wochen später kennen, dass wir uns dann auf Anhieb direkt verstehen. Ich weiß nicht, ob es irgendwie daran liegt, dass wir Zwillinge sind oder so, aber auf jeden Fall ist da direkt diese Sympathie da und ja, man versteht sich dann halt direkt. Glaubt ihr an Telepathie? Also, ich sag mal so, an Telepathie an sich nicht, aber es gibt manchmal so Momente, wo ich zum Beispiel jetzt an eine Person denke, die ich mal in der zweiten Klasse gesehen habe oder mit der geredet habe und genau in diesem Moment denkt Sinan zum Beispiel genau an die gleiche Person. Und dann schauen wir uns an und sagen einfach nur, boah, krass, wie konntest du jetzt genau in dem gleichen Moment an diese Person denken? Und ja, aber ich glaube nicht, dass das was mit Telepathie zu tun hat, sondern einfach nur, ja, weil wir unser Leben komplett gleich verbracht haben und vielleicht das Gehirn auch einmal zufällig zur gleichen Zeit an die gleiche Sache denkt oder sowas. Ja, Telepathie, wie fast schon gesagt hat, im Sinne denke ich nicht, dass wir sowas besitzen, so eine Fähigkeit, aber es gibt auch Momente, da sagen wir auch wirklich zeitgleich dasselbe Wort, wenn wir uns miteinander unterhalten und das ist dann auch wieder so ein cooler Moment, sag ich mal, wo wir dann immer lachen müssen, weil wir einfach irgendein Wort spontan gleichzeitig sagen. Das ist schon manchmal heftig. Was immer wieder gefragt wird ist, spürt ihr, wenn dem anderen was wehgetan hat? Also Schmerzen spürt ihr füreinander? Nee, also das ist, glaube ich, der größte Mythos bei Zwillingen. Das ist mir noch nie passiert, ehrlich gesagt. Ja, es geht an einem wahrscheinlich ein bisschen näher, weil wenn es die anderen Schmerzen hat, dann, sag ich mal, leide ich mit ihm, weil wir eben Zwillinge sind, aber dass ich die Schmerzen auch spüre, das ist eigentlich ein Mythos, das passiert nicht. Genau, sowas habe ich halt auch irgendwie noch nie mitbekommen bei uns beiden, wobei ich mir aber vorstellen kann, dass Zwillinge, es gibt ja auch natürlich Zwillinge, die noch einen engeren Draht haben als wir zum Beispiel. Da kann ich mir vielleicht auch vorstellen, dass man den Schmerz dann irgendwie eventuell wahrnehmen könnte, aber ich halte das auch selber für einen Mythos. Von Telepathie zu Empathie gibt es auch schon einen großen Unterschied, aber also unter normalen Geschwestern, die nicht Zwillinge sind, gibt es bestimmt sehr große Empathie. das ist einfach Fakt. Aber ist das bei euch so ein bisschen stärker? Also jetzt abgesehen davon, ob ihr spürt, wenn niemand von euch nicht in demselben Ort ist, so dass man sieht und mitbekommt, okay, mein Bruder tut dir zum Beispiel einen Kopf weh oder hat irgendwelche Schmerzen, Bauch oder sonst was oder im schlimmsten Fall muss variiert werden. Ist das bei euch ein bisschen anders, was Brüderschaft angeht? Also dass ihr einfach ein anderes Draht zueinander habt als andere Geschwister? Ja, also man muss auch sagen, dass Vati und ich uns sehr oft streiten. Also wirklich schon fast täglich, aber dann halt für Kleinigkeiten. Aber das Ding ist, obwohl wir uns halt so oft streiten, geht es einem schon wirklich sehr nah, wenn es ihm jetzt zum Beispiel schlecht geht oder sonst was. Manchmal will man das vielleicht nicht direkt so zeigen und so, aber da geht das schon einem ziemlich nahe, wenn es dem anderen dann schlechter geht. Und ja, genau wie Sinan schon gesagt hat und das Lustige ist, wie er schon erwähnt hat, streiten wir uns fast täglich, aber egal wie groß oder wie krass, sage ich mal, der Streit ist, nach zehn Minuten ist alles wieder gut. Also dann tun wir einfach so, als ob nichts passiert wäre und leben unser Leben weiter. Ja, das ist eigentlich schon das Witzige. Da ihr jetzt so immer noch im jungen Alter seid und 24 Jahre seid, nur wie ist das dann auch in der Zukunft? Wie stellt ihr euch eure Zukunft vor? Dass ihr vielleicht irgendwann mal aussieht, eine Freundin habt oder heiratet etc. Dann seid ihr ja nicht mehr zusammen. Wie habt ihr euch Gedanken gemacht über eure Zukunft und wie ihr euch voneinander gesund rennen könnt, weil ihr lebt jetzt schon 24 Jahre tagtäglich zusammen. Gab es eigentlich noch Zeiten, wo ihr schon einen längeren Zeitraum gar nicht miteinander wart? Seit 24 Jahre? Also ich will erstmal was dazu sagen zu dem Thema, was in der Zukunft passiert. Das Ding ist, wir sind auch nicht 24 Stunden zusammen. Das heißt, ich habe auch Freunde, mit denen er nicht befreundet ist und mit denen ich mich mal ab und zu treffe. Und dann, ja manchmal gibt es auch Tage, da sehe ich Sina zwei Tage lang nicht, obwohl wir im gleichen Haushalt leben, weil wir uns dann einfach nicht begegnen, weiß ich nicht, weil ich dann mal länger unterwegs bin oder er länger unterwegs ist usw. Und wenn der Tag kommen sollte, an dem wir uns trennen müssen, sei es beruflich oder wegen, weiß ich nicht, Ehe oder so, dann wird das auch kein großes Problem sein, weil wir werden uns eh irgendwann wiedersehen. Und ich vertraue ihm ja, weil er ja mein Zwillingsbruder ist, dass er keine dummen Sachen macht und sowas. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ganz klar wird, aber ich hoffe schon. Genau, wie Fatih schon gesagt hat, es gab natürlich auch Zeiten, da waren wir länger nicht zusammen, sage ich mal. Wie lang? Zum Beispiel in der Schulzeit hatten wir auch einen Austausch, wie nennt man das, einen Schüleraustausch in England. Und da waren wir auch in zwei verschiedenen Familien und da gab es auch dann halt Tage, zwei, drei, vier Tage, wo wir uns dann nicht gesehen haben. Und ja, es war damals vielleicht ein bisschen belastend, aber jetzt mittlerweile trennen sich ja auch die Wege. Er studiert in Bochum, ich studiere in Düsseldorf, auch separate Fächer. Ja, deswegen mit der Zeit, denke ich mal, wird das auch einfacher für uns dann uns zu trennen, sei es beruflich oder halt örtlich, sage ich mal, wenn wir uns umziehen oder sowas. Sollte kein Problem sein. Ich weiß jetzt von euch schon, dass ihr Single seid, aber ihr wart bestimmt schon vergeben. Wie war das dann? Es gab so Ärger, beziehungsweise eher nicht Ärger, sondern so Einschränkungen insgesamt in eurer direkten Beziehung zueinander? Ja, das stimmt. Wir waren, ich hatte insgesamt drei Beziehungen mit meinen jungen 24 Jahren und der Sinan hatte nur eine. Und ja, in seiner Beziehung gab es so ein paar Probleme, weil ich war Single, er war in einer Beziehung und dann, ja, hatte die Freundin dann meistens Angst, dass ich ihn als Single so, sage ich mal, in die falsche Bahn befördere, obwohl das kompletter Quatsch ist. Ich würde den niemals irgendwie zum, weiß ich jetzt nicht, fremdgehen oder feiern oder sonst was zwingen, wenn er das nicht wollen würde oder wenn sie das nicht wollen würde. Und ja, da gab es schon ein paar Streitigkeiten. Genau, wie Vati schon gesagt hat, mit meiner Ex-Freundin damals, wie lang ist das her, sechs Jahre, sieben Jahre, da gab es schon den einen oder anderen Streit deswegen, weil sie halt, wie Vati gesagt hat, Angst hatte, dass er Single war, alle meine Freunde waren Single, ich war jetzt der Einzige in einer Beziehung. Dass das vielleicht irgendwie problematisch sein könnte, aber im Großen und Ganzen ist das, sage ich mal, noch gut ausgegangen und jetzt nicht jeden Tag in der Eskalation oder sonst was. Und nochmal zu ihrer Verteidigung, wir waren aber auch ziemlich jung. Das heißt, ich glaube, jeder macht in diesem jungen Alter ein paar dumme Sachen oder sagt dumme Sachen oder handelt eben nicht so, wie er es heute tun würde. Deswegen, alles gut. Steht ihr auf dieselbe Typfrau? Tatsächlich überhaupt gar nicht. Also er hat einen komplett anderen Geschmack als ich bzw. ich habe einen anderen Geschmack als er. Und nein, wir stehen eigentlich gar nicht auf den selben Typfrau. Ich würde sogar sagen, genau das Gegenteil sogar. Ganz genau. Sei es von der Optik oder vom Charakter. Wir sind, glaube ich, nicht auf der Suche nach der gleichen Art oder gleichen Typ und Frau. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber als ihr in der Beziehung wart, hat die Freunden sich da mal irgendwie geäußert, dass sie irgendwie den anderen Zwillingenbrüder als Konkurrenz für sie sieht. Weil der ist ja nun mal was ganz anderes als ein normaler Bruder. Oder dass die Freundin gesagt hat, du verbringst mehr Zeit mit deinem Bruder als mit mir. Oder lass mal einfach alleine machen. Oder dass der zum Beispiel, dass Sinan mit seinen Freunden den Vati gerufen hat und gesagt hat, komm, wir unternehmen was zu dritt. Und so weiter und so fort. Gab es da irgendwas? Also die meiste Zeit nicht, weil die haben dann auch meistens respektiert, dass wir Zwillinge sind. Für die Ex-Freundinnen, sag ich mal, war es ja auch etwas Besonderes, so etwas mal live zu sehen. Zwillinge, ja, Zwillinge, wie sie leben und leben, sag ich mal. Aber ab und zu gab es natürlich auch so einen Moment, also wo es auch für die normaler wurde, dass wir Zwillinge sind und die dann begriffen haben, dass wir auch ohne einander können. Gab es auch ab und zu mal ein bisschen Streit, warum ich denn unbedingt jeden Tag meinen Bruder sehen will und sie nicht. Ja, ganz genau. Also bei mir persönlich war es halt so, dass damals mein Ex-Freundin sich auch mal gefreut hat, dass ich ihr meinen Zwingsbruder vorstelle. Und weil das ist ja schon etwas ziemlich intime, sag ich mal, dass ich mit ihr und meinem Zwingsbruder gleichzeitig was unternehme. Und für sie war es halt interessant und die hat sich halt immer gefreut, wenn ich ihr mitgenommen habe, weil es halt eine einmalige Erfahrung ist, mal mit Zwillingen zusammen irgendwie Zeit zu verbringen. Ja, und das war halt spannend, würde ich sagen. Vielen Dank für eure Offenheit. Also das ist ziemlich intim, was ihr sagt und ich danke euch. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen persönlicher jetzt. Wie ist das jetzt? Hindert euch eigentlich eine Beziehung anzugehen, weil ihr Zwillinge seid? Nein, also das Zwillingsein hindert mich jetzt ehrlich gesagt nicht an einer Beziehung, weil, wie gesagt, für Sina und mich ist das jetzt normal geworden. Man hat einen Bruder, in unserem Fall jetzt einen Zwillingsbruder, aber das hindert uns jetzt nicht an einer Beziehung oder an sonst was. Es hat sich einfach, ja, was heißt nicht ergeben, aber ich zum Beispiel bin jetzt noch nicht auf der Suche wegen Studium und so weiter und so fort und wir sind auch andersweitig tätig in sozialen Netzwerken und so weiter. Deswegen habe ich zur Zeit nicht das große Verlangen, sag ich mal, wenn es kommt, dann kommt es, wenn nicht, dann nicht. Ganz genau, sehe ich genauso wie Fatih. Ich habe noch nie irgendwie bemerkt, dass mich das Zwillingsdasein behindert hat an das Eingehen einer Beziehung, aber wie Fatih schon gesagt hat, wir haben gerade andere Sachen, auf die wir uns konzentrieren, sei es jetzt Uni oder andere Dinge im Leben. Und ja, da ist leider, hört sich jetzt hart an, aber kein Platz für eine Beziehung momentan. Seitdem wir sprechen, ihr habt euch bis jetzt gar nicht widersprochen und immer habt ihr euch quasi immer den Ball zu den anderen gespielt und immer zugestimmt. Also jetzt zum Beispiel, ihr habt ja darüber geredet, dass ihr euch immer so immer oder ab und zu streitet, aber jetzt, was ich sehe, ihr habt immer dieselbe Meinung. Stimmt das bei Zwillingen, dass immer dieselbe Meinung haben? Eigentlich nicht. Du hast wahrscheinlich einen guten Tag jetzt erwischt oder ich weiß nicht was, wir sind mit dem richtigen Bein aufgestanden heute, weil meistens widersprechen wir uns sehr oft. Oder eigentlich fast immer. Ja, aber jetzt zu dem Thema Zwillingen und so, wir haben ja die gleichen Erfahrungen gemacht, wir haben ja das gleiche Leben in dem Sinne, sag ich mal, geführt oder die Lebensart als Zwilling. Und dass wir uns dann deswegen die meiste Zeit einig sind. Da muss ich meinem Leben Bruder jetzt leider widersprechen. Siehste, jetzt geht's wieder los. Wir sind tatsächlich, finde ich, gar nicht so der gleichen Meinung in bestimmten Themen, weil manchmal sagt er irgendwie ja so und so bla bla bla. Und ich denke mir, hä, was redest du denn, das ist doch überhaupt nicht so, das kann doch gar nicht stimmen. Also ich finde, dass wir zwar oft dieselbe Meinung haben, aber auch mindestens genauso oft halt nicht dieselbe Meinung haben. Das ist irgendwie, weiß nicht, so kommt es mir vor. Aber jetzt von Äußerlichkeiten her, ich kann nur sagen, dass ihr dieselbe Farbe trägt, ungefähr dasselbe Outfit. Kebi mögt ihr beide, weiße Schuhe und genau, also von Outfit her, seht ihr ja nicht unterschiedlich aus. Von daher, wo unterscheidet sich dann das Leben von Fatih und Sinan? Könnt ihr uns so einen wirklich gravierenden Unterschied nennen? Also mit dem Kleidungsziel, das stimmt. Wir ziehen uns sehr, sehr ähnlich an, aber es gibt auch ein paar Unterschiede. Ich zum Beispiel mag Hemden sehr gerne und Sinan eher nicht. Er ist eher der T-Shirt-Fan und beschwert sich sogar manchmal, wenn ich sage, ey, lass mal, weiß ich nicht, weil ein Foto das gleiche Hemd anziehen oder sowas. Dann sagt er, nee, lass mal ein T-Shirt anziehen und so. Und in einem Punkt sind wir gleich, ziemlich gleich in dem Punkt Essen, weil wir sind sehr wählerisch. Aber da gibt es auch sehr, sehr große Unterschiede mit den Essgewohnheiten und dazu sagt Sinan, euch jetzt ein bisschen mehr. Ganz genau. Der wohl krasseste Unterschied, glaube ich, ist mit dem Punkt Essgewohnheiten, dass Fatih Käse mag und ich Käse verabscheue. Also ich esse nur bestimmten Käse und das ist Gouda und das dann nur überbacken. Also so reinen Käse würde ich niemals anfassen und er liebt es halt. Wo ich manchmal denke, ey, Junge, wie kannst du das essen, obwohl das eigentlich das Normalste auf der Welt ist. Und ich würde auch sagen, jetzt zu charakterlichen Unterschieden würde ich jetzt behaupten, laut meiner Analyse, sage ich mal, dass ich eher der, wie nennt man das, vielleicht offenere bin. Beziehungsweise, dass ich halt mehr über mich lachen kann und auch öfter mal Späße über mich mache als Fatih. Was sagst du dazu? Das ist gelogen. Nein, irgendwo hat er auch recht. Also ich bin ein bisschen ernster als er, sage ich mal. Das fällt auch den Leuten auch vom Blick alleine auf. Ja, aber doch, okay, das stimmt. Ja, doch, da kommen die Unterschiede dann zum Schein. Da fällt mir eine Frage ein und seid einfach ehrlich. Wer ist der heimliche Bus von euch? Ganz klar, Fatih. Erklär mal, warum. Ja, also wie gesagt, ich bin etwas ernster als Sinan und nehme wahrscheinlich auch viele Sachen ernster. Ja, das heißt, wenn er mal etwas macht, was mir nicht gefällt, dann meckere ich ihn gerne mal an. Ähm, ja, deswegen würde ich nicht, ich würde nicht sagen Boss, aber ich würde sagen, ich spiele sehr oft den Boss, ähm, genau. Wo er sich wahrscheinlich denkt, ey, komm, ich sag einfach mal, ja, ja, okay, damit er ruhig ist, aber, ja, so ungefähr sieht das dann bei uns aus. Und wer ist tatsächlich älter von euch beide? Das bin dann auch ich, also Fatih ist eine Minute älter als Sinan. Ähm, vielleicht liegt es im Unterbewusstsein auch daran, ich weiß es nicht, ähm, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Also, die Reifheit liegt in dieser eine Minute. Ganz genau, Fatih ist eine Minute reif als ich. Okay, ja, cool. Jetzt, äh, kommen wir aus dem Thema, äh, raus zu einem anderen Thema. Ihr seid auf den sozialen Netzwerke sehr aktiv. Ihr versucht auch eure Zwillinge da sein, auch irgendwie so in der Öffentlichkeit da zu stehen, ähm, auf verschiedenen Plattformen. Äh, wie hat das angefangen und, äh, was macht ihr so genau? Erklärt mal. Also, das hat alles mit Instagram angefangen, damals vor, ja, zwei Jahren, zweieinhalb Jahren. Dann, ähm, dachten wir uns, ja komm, das Leben ist eigentlich schon sehr stressig und ernst, auch mit unseren Studiengängen. Sind ja auch keine leichten Studiengänge. Und dann dachten wir uns, ja, suchen wir uns mal ein Hobby und Fotos schießen und Fotos bearbeiten war eigentlich schon immer unser Hobby, seit wir denken können. Ähm, ja, dann haben wir mit Instagram angefangen und auch ein bisschen, um den Leuten zu zeigen, dass Zwillinge normale Menschen sind, weil viele denken wahrscheinlich, Zwillinge sind richtige Freaks und denken immer das Gleiche und können nicht ohne einander oder sowas. Ähm, und ja, so zeigen wir den Leuten einfach, dass wir ganz normale Menschen sind und, ja. Und, äh, wie das Ganze auch halt zustande kam, war eigentlich schon seit unserer Jugend, da haben alle immer gesagt, hör mal, ihr seid Zwillinge, macht doch irgendwas draus. Keine Ahnung, macht einen YouTube-Channel auf oder sonst was, aber das hat uns damals halt nicht interessiert. Und jetzt, wie Vati gesagt hat, irgendwann vor zwei, drei Jahren kam der Punkt, wo wir gedacht haben, hey, versuchen wir uns doch einmal. Lass uns den Leuten mal zeigen, wie Zwillinge so sind, was Zwillinge ausmacht, die Unterschiede von Zwillingen. Ich meine, das erkennen die ja auch an der Art, wie wir halt auf Instagram zum Beispiel schreiben oder sonst was. Und ja, genau, das hat dann natürlich bei Instagram nicht aufgehört. Wir haben auch YouTube-Channels aufgemacht, um auch eben die lustige Seite zu zeigen. Oder auch, weil man in Videos besser sieht, wer, wo die Unterschiede hat und wie wer redet oder wie wer auf gewisse Situationen reagiert, ist natürlich auf Bildern, ja, schlecht herauszufinden. Deswegen haben wir dann auch mit YouTube angefangen. Ja, und das macht uns einfach Spaß. Wie gesagt, das ist so ein Hobby geworden, um den ernsten Alltag auch mal zu vergessen. Und genau, deswegen machen wir das alles. Und was treibt ihr so genau auf YouTube oder auf allen Plattformen? Könnt ihr so was dazu sagen? Genau, also auf jeder Plattform heißen wir eigentlich Edis Twins, weil Edis ist halt unser Nachnamen und Twins kann man sich glaube ich gut ableiten, wegen Zwillinge. Auf YouTube machen wir halt Challenges, Zwilling gegen Zwilling sozusagen. Das heißt, sei es jetzt ein Schätzratenspiel oder ein Wettessen oder sonst was. Wir challengen uns halt selber, um den Leuten mal auch zu zeigen, dass Zwillinge auch unterschiedlich sein können, sei es jetzt in bestimmten Fähigkeiten. Jetzt als Beispiel, wir haben auch zum Beispiel eine Zwillings-Telepathie-Challenge, das was du gerade angesprochen hast. Und da sieht man dann halt auch, dass manche Sachen halt wirklich zutreffen, aber halt die Tail-Partie irgendwie nicht da ist. Ich will nicht spoilern, aber ja. Genau, und auf Instagram, wie gesagt, schieß mir Fotos, auch öfter von unseren Outfits, wo wir auch vielleicht mal das gleiche anhaben. Dann können die Leute nicht an den Outfits uns unterscheiden, sondern sollen sogar uns durch die Gesichtszüge unterscheiden oder von der Haltung oder sonst was. Und ja, das Bearbeiten der Bilder macht uns auch Spaß. Genau. Vielen Dank für die entspannte Runde, würde ich mal sagen. Und ich würde mal sagen, wir kommen jetzt zu der berühmten drei Fragen, die ich jedem Gast bei mir in dem Podcast stelle. Heute sind die Fragen nicht nur zu einer Person gerichtet, sondern direkt zu zwei. Daher, ich würde mit dir, Sinan, anfangen. Wie würdest du dich in fünf Worten definieren? Ich würde sagen, das erste Wort wäre hilfsbereit. Das ist zwar eine sehr gute Eigenschaft von mir, aber das kann auch halt manchmal zu viel werden. Ich bin auch manchmal zu hilfsbereit. Das zweite Wort wäre vielleicht einfühlsam, bin ich auch. Das heißt, vielleicht liegt es auch an meinem Studium, aber wenn Menschen mir halt von ihrem Problem erzählen, dann werde ich auch schnell emotional und kann mich halt sehr stark in deren Lage hineinversetzen. Und ordentlich gehört auch zu den Sachen, zu den Wörtern, weil ich habe einen kleinen Tick, das habe ich aber schon seit der Kindheit. Ich hasse es wie die Pest, wenn Sachen nicht symmetrisch oder ordentlich oder sowas rumliegen. Das vierte Wort wäre dann eventuell sportlich, natürlich, wegen meinem Hobby und als letztes Wort würde ich dann vielleicht sagen motiviert, weil, na klar, es gibt manchmal Tage, da hast du auch keine Motivation. Aber wenn ich mir dann etwas vornehme, dann bin ich richtig motiviert und mache dann halt auch alles oder versuche alles, um das dann in die Tat umzusetzen. Was würdest du deinem 10-jährigen Ich sagen? Ich würde meinem 10-jährigen Ich auf jeden Fall sagen, dass er sich öfter Klamotten von Fatih klauen sollte, damals. Nein, Spaß. Ich würde ihm raten, dass er das Leben halt als Zwilling nicht zu ernst nehmen soll, zu dem Zeitpunkt, dass er halt sich davon nicht beeinflussen lassen soll, dass er immer noch ein eigenes Individuum ist. Und ja, dass es ihm halt klar sein sollte, dass er eine einzelne Person ist, obwohl er halt einen Zwillingsbruder hat und der vielleicht im Großen und Ganzen ihm ziemlich ähnlich ist. Sehr plausibel und stark. Dein Lieblingsspruch bzw. den Zitat schlechthin, den du jemals gelesen, gehört oder selber ausformuliert hast? Ich habe tatsächlich mein Zitat aufgeschnappt, was mich bis jetzt eigentlich begleitet hat. Und zwar, manchmal muss man sich verletzen, um zu lernen, hinfallen, um zu wachsen und verlieren, um zu gewinnen. Denn die größte Lektion des Lebens lernt man durch Schmerz. Und das ist ein Zitat, was mich bis jetzt sogar gut begleitet. Und aus dem Grund, weil egal wie schlecht es mir irgendwann mal an Tagen geht oder ob das Leben halt ein bisschen schlechter läuft als sonst, dass ich durch diesen Schmerz oder durch diese, sag ich mal, in diesem Moment Frust halt wachse und mir halt Positives dann zuspreche und sage, alles passiert aus einem Grund und so schlimm kann es nicht sein. Oder wenn es halt so schlimm ist, wären die Zeiten halt besser, weil schlechter kann es nicht mehr werden, zum Beispiel. Eine ganze Weisheit, würde ich mal sagen. Richtig stark. Schön. Ich habe auch mal was wieder Neues gelernt heute. Vielen Dank, Sinan. Und damit wir jetzt die Unterschiede merken können, würde ich dann auch sagen, Vati, wie beschreibst du dich in fünf Worten? Mich in fünf Worten oder mit fünf Worten beschreiben? Boah, da hast du dir was Gutes ausgesucht. Ich denke mal, ich bin sehr freundlich und höflich. Hat wahrscheinlich auch sehr viel mit der Erziehung zu tun. Ich bin sehr organisiert, das heißt, ich brauche immer irgendeinen Plan. Meistens stehe ich morgens auf und mache mir dann so einen Plan, was ich für den Tag erreichen möchte. Dann kommen wir auch direkt zum nächsten Wort, zielstrebig. Das heißt, durch diese Organisation versuche ich Schritt für Schritt meine Ziele im Leben zu erreichen. Ja, ich bin auch manchmal sehr ernst. Das heißt, wenn ich mal so Ziele nicht erreicht oder Schwierigkeiten habe, werde ich direkt mal ernster. Und dieses, ja, diese lustige Art oder lustige Ader ist dann mal ganz schnell weg. Genau. Und ich bin sehr motiviert, denke ich mal. Weil ohne Motivation ist das alles nicht zu meistern hier. Mit der Arbeit, Studium, nebenbei noch soziale Netzwerke aufbauen. Ja, und ohne Motivation funktioniert das alles gar nicht. Deswegen denke ich mal, dass die Letzteigenschaft Motivation ist. Sehr cool. Was würdest du dann zu deinem zehnjährigen Ich sagen? Hast du was zu sagen zu dem kleinen Vati? Also, ich würde ihm sagen, dass er das Leben nicht zu ernst nehmen soll, dass er vielleicht ab und zu mehr sich in der Schule beteiligen sollte und das Leben in vollen Zügen genießen sollte und die jungen Kindheitsjahre bloß nicht verschwenden sollte. Dann kommen wir zu der letzten Frage. Hast du so einen Spruch? Ich habe tatsächlich so einen Spruch. Den habe ich sogar gestern noch einmal zufällig irgendwo aufgeschnappt. Ich glaube, das war irgendwo auf Instagram oder so. Aber der Spruch ist ziemlich gut. Deswegen ist der mir die ganze Zeit auch im Kopf geblieben, mehrere Jahre lang. Wer das Ziel nicht kennt, wird den Weg niemals finden. Ja, das denke ich mal, das passt auch sehr gut zu meiner Situation, da ich so ein sehr zielsterbiger und organisierter Mensch bin. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr schönes Zitat. Ich danke euch, Leute. Vielen, vielen Dank für die coole Zeit mit euch. Und wie immer, wenn ich einen Podcast beenden möchte, dann beende ich es mit den Worten von meinen Gästen. Deswegen stellt euch vor, ich würde euch ein Handy geben und mit diesem Handy könnt ihr der Menschheit eine SMS schicken. Was würde in einem Satz in dieser SMS stehen? Also ich würde der Menschheit sagen, haltet zusammen, bleibt gemeinsam stark, haltet euch fern von Hass, Diskriminierung oder Rassismus jeglicher Art und kämpft gemeinsam gegen die Ungerechtigkeit und unterstützt euch gegenseitig. In meiner SMS würde ich mich an die Eltern beziehungsweise die ältere Generation wenden. Und zwar, bitte passt auf, dass ihr euren Kindern, Neppen, Enkeln schöne und gute Werte mit auf den Weg gebt und nicht, wie Vati schon gesagt hat, irgendwie rassistische Gedanken einpflanzen ins Gehirn, sage ich mal, sondern das Miteinander, das Füreinander stark sein und Diskriminierung und Rassismus und sowas sollte halt keinen Platz auf der Welt haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch Jungs für die Offenheit und für das nette Gespräch. Das war für mich auch ein einzigartiges Erlebnis mit euch zwei hier bei mir in dem Podcast. Ich hoffe, dass ihr auch eure Spaß hattet und ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei dem Studium, bei den vielen anderen Plänen auch, die ihr nach und nach aufbaut. Und von meiner Seite sage ich nur vielen Dank. Also wir danken dir, Amir, dass wir dabei sein durften. Genau, wir haben zu danken, weil das war auch eine schöne Erfahrung für uns, mal unsere Jugend, unsere Kindheit mal wieder zu reflektieren und Dinge mal aufzuschnappen, die wir uns vielleicht so nicht gedacht hätten. Deswegen ein großes Dankeschön geht auch an dich. Hat dir die Folge gut gefallen? Dann hinterlasse bitte eine Bewertung bei Apple Podcasts, denn dadurch wird die Folge viel mehr angehört und du supportest auch diesen Podcast und mich vor allen Dingen. Ich bedanke mich bei dir von dem ganzen Herzen und ich werde dir wirklich bis zu aller Ewigkeiten dankbar dafür. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Bis. Das war's schon wieder mit Deutsch-Arabisch. Bis bald. Kan maakon Amir. Fii? Arabi-Arabi-Almani. Istannouna بالحلقات الجاية.